Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Das Transferfenster ist zu, unser Kader steht für die Mission Klassenerhalt, aber trotzdem gibt es natürlich zahlreiche Fragen. Wie fit ist unser Kader? Was ist mit Salazar, Kral und Ovejan? Und vor allen Dingen auch, welche Rolle spielt tatsächlich Eder Ballanta in der Rückrunde? Und warum hat man nicht vielleicht statt ihm noch einen weiteren Offensivspieler geholt? Zudem sprechen wir heute über Thomas Reis, denn Bernd Schröder hat mal zahlreiche Aussagen getätigt, wie man schon jetzt durchaus auch für die zweite Liga plant, inwiefern das erneut ein finanzielles Desaster sein könnte und eben auch, wie man dann auf der Trainerposition planen wird. All das und mehr heute bei den aktuellen Schalke News. Legen wir aber erstmal los mit einer sehr, sehr guten Nachricht, denn es sieht schon sehr stark danach aus, dass wir im kommenden Sommer Geld durch Weston McKennie bekommen. Denn der hat Juventus Turin verlassen und ist gewechselt zum Premier League Club Leeds United. Das war zunächst per Laie bis zum Saisonende, aber Leeds hat auch eine Kaufoption von circa 33 Millionen Euro. Und wenn er eben dort überzeugt, ist es wohl auch sehr wahrscheinlich, dass Leeds diese ziehen wird und das käme eben auch uns zugute, denn Schalke würde an McKennie mitverdienen. Wir haben ihn ja damals für knappe 20 Millionen Euro an Juventus Turin verkauft und dort hat eben unser damaliger Sportvorstand Joran Schneider gut verhandelt, dass eben wir Schalker an einem möglichen Wiederverkauf beteiligt werden. Und wenn eben dann McKennie im Sommer für diese circa 33 Millionen Euro fest zu Leeds wechselt, dann gibt es tatsächlich die Gebühr für uns und diese liegt dann wohl bei etwas mehr als einer Million Euro. Und das ist natürlich Geld, was extrem gut ist für uns und mittlerweile auch wirklich im Verhältnis viel Geld ist für uns. Und das ist natürlich etwas, was wirklich realistisch ist. Sollte zum Beispiel McKennie sogar nochmal für 40 Millionen Euro wechseln und Leeds holt ihn eben nicht, sondern wer anderes, dann würden wir sogar 2 Millionen bekommen. Aber es ist eben realistisch, dass er bei Leeds, wenn er überzeugt, bleiben wird, fest verpflichtet wird und eben wir dann 1 Million Euro bekommen. Und das ist natürlich Geld, über welches wir uns sicherlich freuen können. Reden wir aber nun mal über unser Personal, denn auch dort ist ja einiges los. Vor allen Dingen über die Spieler Thomas Ovejan, Rodrigo Salazar und Alex Kral wird ja aktuell sehr, sehr viel diskutiert. Und da gab es auch gestern erstmal sehr, sehr gute Nachrichten. Denn es gab gestern ein geheimes Testspiel gegen Buttonscheid, was wir Schalker mit 6 zu 0 gewinnen konnten. Torschützen waren dort Baluk aus unserer zweiten Mannschaft, der doppelt getroffen. Kenan Karaman hat doppelt getroffen. Frey und Kaminski jeweils einmal. Und Thomas Reis konnte da sogar mit Greimel, Kaminski, Ovejan, Kral und Salazar fünf Spieler von Anfang an bringen, die aus Verletzungen oder eben Krankheiten zurückkommen und deswegen auch dringend Spielpraxis brauchten. Übrigens auch unser Neuzugang, Eda Balanta, hat direkt mal ein paar Minuten bekommen. Also, sehr gute Nachricht, Ovejan, Kral und Salazar standen dort allesamt in der Startformation. Thomas Reis hat auch danach nochmal durchblicken lassen, dass Salazar und Kral auch auf jeden Fall fit genug sind und deswegen auch möglicherweise schon Kandidaten für die Startelf gegen Gladbach sind. Thomas Ovejan hingegen ist noch nicht ganz so weit. Ob er gegen Gladbach wieder im Kader ist, ließ Reis auf jeden Fall nochmal offen. Ovejan selber hat sich auch mal dazu nach dem 0-0 gegen Köln geäußert. Ich bin wieder einsatzbereit. Ich bin voll im Training und hoffe, dass der Trainer mich in der nächsten Woche mit in den Kader nimmt. Thomas Reis hat auch nochmal erklärt, warum Ovejan gegen Köln noch nicht im Kader war, denn auch das wäre zumindest möglich gewesen. Du hattest gegen Köln Spieler dabei wie Alex Kral, bei denen du wusstest, 90 Minuten geht definitiv nicht, 60 Minuten geht auch definitiv nicht, aber 45 Minuten werden auch eng. Bei Rodrigo Salazar war es dasselbe. Da hättest du mit Thomas, wenn ich ihn mit reingenommen hätte für dieses Spiel, noch jemanden, der lange raus war. Und da musste ich einfach eine Entscheidung treffen. Und ich glaube, deswegen kann man das auch schon sehr, sehr gut verstehen, warum eben Thomas Ovejan gegen Köln noch nicht im Kader war. Gegen Gladbach könnte eben das dann wirklich anders aussehen. Eben bedingt dadurch, dass Salazar und Kral nochmal näher herangerückt sind an die ersten Elf. Und das war für Reis auch sehr, sehr wichtig, dass diese beiden auch wieder 45 Minuten gestern in diesem Testspiel gespielt haben. Und deswegen sind sie auf jeden Fall auch Optionen für die Startelf. Bei Thomas Ovejan müssen wir auf jeden Fall nochmal gucken, denn auch Reis hat nochmal erklärt, dass man auch schon gesehen hat, dass er noch Bedarf hat. Ihm fehlt einfach noch ein bisschen was. Aber ich denke, aber auch da ist es gut vorstellbar, dass er gegen Gladbach im Kader sein wird. Ich hoffe da sehr, sehr stark drauf, dass er auch zeitnah wieder eine Startelf-Option ist, weil ich der klaren Meinung bin, Thomas Ovejan ist unser bester linker Verteidiger. Auch den brauchen wir unbedingt mal wieder. Gegen Gladbach werden wir ihn dann wahrscheinlich wieder von der Bank sehen. Ganz interessant ist auch, Niklas Tauer hat heute zum ersten Mal wieder mit der Mannschaft trainieren können. Also was unser Personal angeht, geht es auf jeden Fall mal in die richtige Richtung. Und gestern kam ja auch nochmal ein Neuzugang hinzu mit Eda Balanta. Und dort gibt es nun nochmal spannende Details und Hintergründe, die wir hier nochmal gemeinsam durchgehen. Generell war es erstmal so, dass es vielleicht durchaus überraschend war, dass man sich auf der 6er-Position nochmal verstärkt hat. Es wurde aber auch nochmal klar gesagt, warum man es gemacht hat. Denn Thomas Reis hat sich nach dem 6er-Null-Sieg gegen Wattenscheid dazu geäußert. Balanta kam ja dort eine gute halbe Stunde zum Einsatz. Wenn man so einen Spieler wie Eda bekommen kann, der einen gewissen Schmutz mitbringt, dann ist das eine Verstärkung. Denn natürlich ist auch klar, in unserer Mannschaft haben wir genauso einen Spielertypen wie Eda Balanta noch nicht. Und auch das ist eben etwas, worüber Thomas Reis sehr, sehr froh ist. Er hat ein gutes Zweikampfverhalten und muss manchmal sogar ein bisschen aufpassen, weil er ein sehr großes Temperament hat. Ich denke, dass er noch ein paar Trainingsanheiten braucht. Trotzdem bin ich sehr froh, dass er schon jetzt eine halbe Stunde spielen konnte. Denn Eda Balanta ist auf jeden Fall ein Spieler laut Thomas Reis, der unseren Kader verstärkt. Weil er eben ein wirkliches Biest ist in den Zweikämpfen. Eine Startelfoption gegen Gladbach ist er sicherlich noch nicht, weil es einfach dazu noch ein Ticken zu früh ist. Aber natürlich hat man mit ihm ein bisschen was vor. Interessant ist auf jeden Fall auch die Abwicklung des Deals. Denn wir besitzen für Eda Balanta keine Kaufoption. Das wurde ja gestern auch schon berichtet. Aber dafür wird auch keine Leige befällig. Und ich finde dann, wenn du so einen Spielertypen, einen erfahrenen Sechser, für ein halbes Jahr bekommst, umsonst, ohne Leihgebühr, dann ist das ein guter Deal, den du auch vollkommen richtigerweise gemacht hast. Eda Balanta hat ja auch schon selber gesagt, dass er sich auch sehr, sehr freut, für Schalke spielen zu können. Er kennt Schalke auch schon sehr, sehr lange und brennt natürlich auch darauf, uns weiterhelfen zu können. Und natürlich haben sich auch gestern, und da gehörte ich ja auch zu viele gefragt, es war ja eigentlich davon zu hören, dass man auch durchaus noch im Offensivbereich was machen wollte. Am Ende fehlt eben dann die Wahl auf Balanta als Sechser. Und auch dort gibt es nochmal ein paar Hintergründe. Denn Schalke hatte wohl nur noch Budget für einen Neuzugang. Und dann muss man sich eben entscheiden, was man macht. Es stellte sich halt die Frage, holt man noch einen sprintstarken Angreifer oder kräftigt man lieber das defensive Mittelfeld? Und da fiel halt die Wahl mit Eda Balanta lieber auf das Defensivzentrum. Und ich finde, beim Blick auf den Kader ist das auch vertretbar und auch durchaus in Ordnung. Klar, wir hätten uns sicherlich noch alle einen zusätzlichen Flügelspieler oder zumindest einen weiteren Offensivspieler gewünscht. Aber man muss natürlich auch hier ein bisschen mal durch den Kader blicken. Wir haben mit Schalke dort jemand Neues, mit Soichiro Kusuki auch einen nominant, originellen Neuzugang, wenn man so will, haben natürlich Larsson und Mollet im Zentrum abgegeben. Aber Salazar und Kral sind dann wieder fit. Und bedingt durch Balanta könnte ja auch Kraus wieder eine Position nach vorne gehen. Und er ist recht, weil wir ja im defensiven Mittelfeld gesehen haben, was passiert, wenn dort eben Einzelspieler fehlen. ist das, glaube ich, schon ein richtiger Transfer, weil eben Balanta zum einen Fähigkeiten hat, die wir so noch nicht haben, sicherlich auch dadurch unsere Abwehr entlasten kann, wenn er auf der Sechser-Position spielt und vor allen Dingen eben auch dann nochmal sicherstellt, dass wir dort vielleicht nochmal einen Ticken mehr Qualität haben, als wenn jetzt Dortmund, den die Latzer oder Niklas Tauer spielen würde. Und deswegen finde ich auch rein finanziell gesehen den Transfer auf jeden Fall richtig. Und dann kommen wir nochmal zu einem sehr, sehr großen Thema. Denn Bernd Schröder, unser Vorstandsboss, hat mal ein sehr, sehr ausführliches Interview mit der WAZ gegeben, da viele über den möglichen Abstieg gesprochen, über die Kaderplanung im Sommer, Clemens Tönnies und eben auch über den potenziellen Abstieg. Und da gab es einige interessante Aussagen. Wir gehen mal ein paar durch. Denn was erstmal wichtig ist, ich glaube für uns alle, dass ein Abstieg, sollten wir es jetzt wirklich nicht schaffen, leichter zu schultern ist, als noch vor zwei Jahren. Denn das begründet auch Bernd Schröder dadurch, dass man eben schon jetzt einen Kader von Spielern hat, die eben auch Verträge für die zweite Liga haben. Sprich, es gebe jetzt nicht so einen großen Umbruch, wie noch vor zwei Jahren. Und ganz interessant ist da eben auch, dass Bernd Schröder der Meinung ist, man hat auch für die zweite Liga bereits den richtigen Trainer. Und wir haben einen Trainer, der hundertprozentig zu Schalke passt, weshalb ich mit Thomas Reiß auch in die zweite Liga gehen würde. Das ist die klare Haltung des Vorstands. Und damit kann man sich auf jeden Fall sicher sein, sollten wir jetzt in der Rückrunde nicht komplett baden gehen und am Ende natürlich alle Spiele verlieren und absteigen. Da muss natürlich reagieren. Aber sollten wir jetzt nicht komplett abgeschossen werden, aber es trotzdem nicht schaffen, dann ist es auch sehr, sehr gut möglich, dass Thomas Reiß bei uns Trainer bleiben wird. Ben Schröder selber ist übrigens auch sehr optimistisch, dass wir tatsächlich den Klassenerhalt noch schaffen. Es bleibt eine Wahrscheinlichkeit, dass wir den Klassenerhalt schaffen und nicht absteigen. Daran glaube ich zutiefst. Denn bei Schröder ist eben auch das Gefühl positiv, auch erst recht nach dem Spiel gegen Köln, wo sich die Mannschaft spielerisch und natürlich auch in Sachen Engagement und Kampf deutlich verbessert gezeigt hat. Auch ihm macht durchaus Mut, dass Alazar und Kral wieder auf dem Platz stand mit Moritz Jens, dem man ein gutes Debüt gegeben hat. Und man eben auch sieht, dass der Thomas Reiß-Fußball auf Schalke hinpasst und eben auch funktioniert. Und Schröder sagte dazu nochmal, er passt mit seiner Art, seiner Konsequenz zu dem Verein. Man sieht einen Qualitätsunterschied zum Saisonbeginn. Und ich glaube, das würden wir auch alle durchaus unterschreiben. Bernd Schröder hat auch selber nochmal eingestanden, dass man beim Sommertransferfenster Fehler gemacht hat. Wir haben im Sommertransferfenster nicht alles richtig gemacht. Aber wir haben das analysiert, Schlussfolgerungen gezogen und im Winter anders gearbeitet. Und ich glaube, wir haben einige Defizite beheben können. Und ich glaube, das kann man auch durchaus so sagen. Es ist natürlich schade, dass man so Spieler wie vor allen Dingen auch in Moritz Jens, wo du ja direkt im ersten Spiel das Gefühl hast, der passt zu uns, der kann uns helfen, dass du halt genau solche eben nicht im vergangenen Sommer bekommen hast. Aber auch das ist ja immer wieder so ein bisschen das Gespräch, dass viele Fans das Gefühl haben, unser Vorstand verhindert, dass man mehr Geld ausgibt. Auch darüber hat sich Schröder mal geäußert. Das ordne ich komplett anders ein. Jemand, der das behauptet, ist herzlich eingeladen, vielleicht mal unter vier Augen mit mir durch die Zahlen zu gehen. Wir wissen um die 140 Millionen an Finanzvermittlichkeiten, die auf Schalke lasten. Die schränken die Handlungsfähigkeit nicht ein, setzen aber Leitplanken. Eine davon ist, die Lizenz zu bekommen für die Bundesliga oder die zweite Liga. Denn die Gefahr abzusteigen besteht ja. Wir möchten nicht in der zweiten Liga spielen, müssen aber nachweisen, dass eine Saison dort durchfinanziert wäre. Ich bin extrem optimistisch, dass sie die Lizenz bekommen. Die Entscheidung ist natürlich der DFL vorbehalten. Und viele Fans sagen dann auch immer mal wieder, warum holt man sich denn nicht vielleicht mehr Geld von externen Geldgebern wie beispielsweise Clemens Tönnies? Auch da hat Bernd Schröder eine klare Meinung. Clemens Tönnies ist über sein Sponsoring bereits wirtschaftlich sehr stark eingebunden. Wenn er das noch ausbauen will, ist er herzlich willkommen wie jeder andere auch. Aber Geld leihen und damit noch mehr Fremdkapital aufzunehmen, das wollen wir nicht, sondern Verbindlichkeiten abbauen und in Zukunft nicht mit noch mehr Schulden belasten. Das erhöht den Spielraum für Investitionen, auch in den Sport. Und damit bin ich mal sehr gespannt, wie das auf jeden Fall bei uns mittelfristig weiterlaufen wird. Denn natürlich geht es jetzt erstmal darum, die Klasse zu halten. Aber Bernd Schröder hat natürlich auch das klare Ziel, Schalke wieder in der Langfristigkeit nach oben in die Bundesliga zu führen. Mal gucken, wie das mit unserem Vorstand, mit eben dann auch Thomas Reis in der nahen Zukunft passieren wird. Und somit könnt ihr mal gerne auch weiterhin, was ihr wissen wollt, über Bernd Schröder und das Interview bei der WAZ vorbeischauen. Da gab es wirklich ein sehr, sehr ausführliches Statement zu ihm. Einige Aussagen haben wir jetzt hier mal besprochen. Es ist natürlich schon sehr, sehr spannend, wenn so jemand wie Bernd Schröder mal was dazu sagt, zum Trainer, zu den Transfers und so weiter und so fort. Weil man ihn ja gar nicht mal so oft zu Gesicht bekommt bei uns. Und somit waren das die aktuellen Schalke-News des Tages. Schreibt eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao. Und Glück auf, Anale Schalker. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.